Wir sprühen dran, draufschießt, das ist auch ein Gegner Äh, die Spawn-Lago, wie gesagt Südlich bei Driel Village Wir schauen uns mal leer hier an und dann Klären wir's auf Die Schleifkraft ist kurz, sieh die mit Ja, kann das weg Ist einer im Feld? Äh Los Okay Die wird alle weg Ach, scheiße Scheiße Heiß Ich habe ihn, den östlichen Feld habe ich Wir gehen jetzt um die Munition und Ausfahrzeugen Äh, Maddie Raptor kommt, wir kommen zu mir bitte Also P-Ready to that Ja, ist kurz hier Ja, ist kurz hier Die sind im Feld vorm Rallye MG, hier ist einer im Feld gerade gelaufen nach links Nach links Nach links Mach's Richtung Wursch Jo 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 Zielt das nicht um, wenn ihr da kann ein Schuss? Wir liegen da immer noch am Feld Wir liegen den Königstiger, wieviel schön Der war auf den Kurs zum Tor Der Königstiger Sorry, voll in diesen Schuss Scootfeed Da wo der Nebel ist, sind welche an den Bäumen, wo der Schmerz will rein We are ready, steht jetzt mal Als Safety für uns Halte die Stellung hier kurz, wir kriegen den Smog Auf der Schmerz Auf der Schmerz Mg, keine Elefanten schritte, Stellung halten Wir machen jetzt, zack rein, der Grauen Was machen wir? Zack rein, die Schöne rein, das fanden wir bei Frank Reichner S.V. kommt jetzt, lol warste Okay, alle rein Das war etwas... Ich hab keine Action, der haut ab Naja Wir sind sie Ich bekomme Gegner südwestlich und südöstlich rein Nassi kaputt Was hab ich nur gemacht? Keiner Säure Keine Gnade Ich hab das vor 30 Schüsse Die reichen auf gut 30 Mann Auf dem Kirchdachstation feinlich SMG Wenn du jetzt rechts um die Ecke kommst, direkt Auf den Großen oder auf den Kleinen? Auf der Ecke, direkt auf den kleinen Dach Kommen aus Richtung 60 über das Feld Da oben bei der Ecke Da oben bei der Ecke Mg, keine Rallye mehr Ich hab gleich gehappt Ich hab das mit Da haben wir gehappt Nice, zack Ob ich mal hab ich meine Waffe zu schießen Das war, zack, zack, raus Wir können jetzt vielleicht noch kein Druck machen Wir haben noch hier ohne Tickets, 50 Minuten, lasse ich zeigen Südwestlichen Wald Funker, ich komm, kurz zu dir Klappt, okay, weg, weg Autsch Es tut mir leid Du kamst auf einmal aus dem Busch raus Ja, genau Ich wollt Ich wollt die versuchen Ja, vielleicht hat irgendwer versucht Wir haben noch viel Kontakt mit Biss Okay Ja, ich hatte nicht gelingen Schuss in einem G Nimm dir mal einen Schütten mit, der dich mit versorgt Ja, ne Ich meinte im Achso Das heißt, der Schutz reicht mir nicht aus Beim Mg 42, ne Die sind da voraus noch mal rauf Was ist dabei also? Squad 5 hat einen bei denen markiert Ich hab mich noch mal ein Feuerfly hier am letzten Punkt Ich hab noch mal einen Feuerfly hier am letzten Punkt Ah, schon mal Okay Nein Hier steht ein Jeep-Feindlicher vor mir Ah ne, ist einer von uns, sorry Auf einem Jeep von uns? Bei dir nicht markiert Nein, Kübelwagen Der ist nur... Deko Von dem Haus vor mir scheint schützend zu sein Ich sehe sie auch laufen Auf Ja ungefähr da Ich geh mal rein, ich kann Sorry Okay Unten am MSP ist halt wie gesagt noch der Firefly in der Nähe Alter, wir haben so einen riesigen Marschweg für uns Keine Sorgen, ich komme mit einem LKW LKW, Junge Ich habe nicht gesagt, dass sie euch mitgeben Ich habe nicht gesagt, dass sie euch mitgeben Du bist so sozial Ich bin sehr sozial Ja Was sind ihre Stärken? Ich gehe mit Menschen rum Sniper, nur ein BEEP Geh mit BEEP MSP ist zerstört Ja Hier scheint irgendwo ein Sniper zu liegen Geh mit Geh mit Geh mit Geh mit Geh mit Wer kommt? Please... Geh mit Geh mit Der ist tot Erste drückt Melden Katadeee! Charge! Firefly auf meiner Position. Magst du die Motivationsrede für die letzte Cap halten? Ich kann den Tod an den Läden. Nicht in die Zukunft gucken. Keinlicher Firefly auf meiner Position immer noch. Da ist Scott 3, oder? Ja. Zumindest der Squad Lead. Mehr aber auch nicht. Das MSP ist ja hinüber. Das wäre doch was für eine Bombe. Nicht sehr schade. Nein, weiß ich jetzt gerade, aber ich glaube der fährt gleich weiter. Ah, da kommt unsere Mitfahrgelegenheit. Ey ihr Hübschen! Soll ich euch 50 Meter weiter nehmen? Dann sind wir schon da. Ja, komm ein bisschen nach links, sonst schon. Hier ist Scott 7 und Scott 5 in unserem NKV. Da passen doch eh nur 2 Leute rein, warum du dabei hast, oder? Da passen 1, 2 mehr rein. 1, 2, 4! Ich hab nicht mehr als 3 zählen gelernt, sorry. Eh denn, Mann! Wir wollen uns auch mal fahren. Wann sich freuen? GIG, GI, Joe, Max auch mit. Ich fahr auf dem Panzer mit, wenn der so cool ist und dann irgendwann losfährt. Alles klar. Soll ich mal spielen? Oder wir sind südlich? Ich fahr mal lieber nach Westen. Ich hab hier schon viele Kontakte bei mir. 200 Meter südlich. Okay. Ja, noch ein bisschen weiter Richtung Punkt. Aber so, die Höhe kommt hin. Ich korrigiere, genau auf meiner Position ist auch einer. Also mindestens einer. Fahrweihrad Mobarka. Hey, Nado. Ja, bitte. Hier ist Kuschel, freie Zona. Wir sind im Krieg. Wache, liebe Zona. Ich hab gehört. Ich weiß nicht, wer sich das behoben ist. Ich glaubt hier, oder? Nö. Nö, vielleicht. Ziehen wir schon da? Nö, noch mehr. Wir sind im Krieg. Die Person ist erinnert. Ich hab nicht hier. Ich hab keine Mannschaft. Herr, drei, drei, zwei, drei, zwei. Und die Person, nicht auf die PAN. Da war das, meine Mannschaft! Du kriegst doch alles, Junge! Ich kenn ihn! Ich kenn keiner! Wir haben nichts, ich geh! Ich fülle ihn, du bist kaputt! Wir haben nichts, ich seh den ganzen Platz! Kurve gehen wir jetzt, wir haben noch ein halbes Kurs! Ich kann nicht erhören, ich kann nicht erhören Ich mache das an! ich verlege MSP auf Süden Danorschmecke für Süden Das ist ja ganz ein massaker was ich hier mache Denker, da ist der Ven Mainscron Die werden wahrscheinlich die weisen seit Darth Wunden rüber laufen Ich fülle den zum up! Mark da fahren, ungefähr Feindlicher Panzer ist direkt hier Funger, kannst du dann gleich mit mir spawnen? Jo Sind soweit gleich Können wir die aus der Rennmähne töten? Wann wir noch auf den Fall heraushaben? Wenn sie die poison aus, bleibt sie www.moos.org Hey, Miss P-Ship. Oh my god. Du hast den Klick, ne? Echt, der Plan ist komplett schief gelaufen Du, wir haben noch einen MSB in May Ach, das wird grad weggefahren Hä? Wie denn? Was machen wir da? Wieso chillt der da? Zum Tod wird sein Leben Also, wie siehts aus? Habt ihr Lust auf ne Wanderung? Wir wandern die ganze Zeit, sag mal Ähm, hast du nicht hier die Beschreibung vom Spiel gelesen? Laufsimulator 220, oder? WTF, wo bleibst du bitteschön? 1935, oder? Nein, 1973 Was ist das? Da, hier ist ein Unterschied Ich glaube, wir können uns zurückziehen Wir haben so viel gemacht, dass die andere mal machen Oder was hält der davon? Hä? Wo kommst du denn, ey? Ja, warte, bleib liegen, bleib liegen Ich sichere erstmal die Umgebung Gott, das ist doch WTF Ja, scheiße, ey Ja, scheiße, ey Ja, alles gut Aber jetzt, ich hab keinen vernünftigen Spawn mehr Äh, MSB kommt gleich Können wir gleich spawnen Applaus Gern Leine Gern Das ist eine normale Maßnahme, oder? War das das Signal zum Anreifen? Was? Angriff? Das Schreiben noch zu Pressing Fire Ich hab nicht ohne Grund einen MG 42 mitgenommen Lass mich doch auch mal meinen Spaß haben Die Klasse spiele ich so sein Aber sonst bin ich immer eine andere Schütze und die sind langweilig Ich hab mal Zeit, komm mal Zeit Oh ja, das ist alles Ja, ich kann dich stehen lassen, vielen Dank Gute Arbeit Danke Gute Arbeit Ich hab den mann nur noch in den Namen steht Und die Klasse sind Willst du dich sehen? Du hast doch was gefragt Ich dachte du singst uns jetzt erst vorbeikten Ja Ja Und dann muss er anfangen Und dann stimmt der Rest rein Interessantste Lied wo ich kenne Meine Liebe war ja wie eine Meier Also Bei den ganzen Infanterie Markaden Westlich vom MSP ist ein German Firefly glaube ich Zumindest ein German Ob es ein Firefly ist, kann ich nicht erkennen Nein Nein Nein, ist nur ein Wrack Verdammt mein Fehler Aber da ist auch ein Dack Wo ich jetzt komm mal Ja Bereitet eure Smogs vor Wir pushen mit Scott 7 rein Quatsch weiter A-N-!!!!! Aber sehr canste Anerkennung A-N- Bingo B emotional weißen Eine Da versuchte über südlich rein Schaffens, zwei Leute zu mir Oder Bucke Richtig geil, danke Ja, geht da hin los Bucke Obwohl Obwohl fahr raus fahr Es ist so, in einem Moment. Da ist er. Okay. Ja, ich höre es, ich bleib buchen. Danke. 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 Ach, Scheiße. Sag was mich. Das macht man. Kann man jetzt alle weiterhauen, was sie denn? Keine halbe Stunde erfunden sie. Feind im offenen Feld. Schuss aufnehmen. Ähm, die 440 Smog'n Leute und bewegt euch entlang der Buschle. Wir können jetzt dort, weil sich einstammen, dass wir aufgeben, dass nichts ist, dass wir in der Böne eine Kühldeckung. Aber die Polizei ist mir gerade gut. Geht, geht, geht. Ich bin nicht mehr. Geht, geht, geht. 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 Da vorne sind ein paar Infanteristen in der Buschreihe. Da ist nix, nur mit Rauchen. Haben wir Nurse-Unterstützung? Hat einmal die der Buschreihe einfach komplett in die Luft hier und hoffen, dass die da nicht kommen? Ja. Also nicht mit Smog'n, sondern wirklich mit, äh, 3. Super, wieder voll zu schön. Ja, Scott 5 lenkt ein bisschen ab, hoffe ich jetzt. So, Funka, wir machen jetzt crazy Dinge. BK, komplett nach Süden. Versuchen uns zu messen und setzen. Aufmerksamkeit. 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 Ja, ich bin schon tot. Nein, Fugger. Ich hol die. Ich kriege mal weiter. Danke. Rallye high. Ne, war nix. Fugger. Kommt vielleicht von oben. Rallye hot. MST ist gerade ganz nördlich sehr nah hingefahren. Rallye ist übrigens gerade weg. Okay. Vielleicht können wir die da überraschen jetzt. Immerhin konnten wir die gut ablenken, sodass die anderen vorrufen waren. Ja, schon wieder rein. Boah, die haben schon 150 Tickets verloren. Aufmerksamkeit. 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 Ist das hier noch ein Rallye? äh, Funkerschaustraße an der Schraßenseine ist so, äh, 1,40 Meter hoch scheiße, sie hat den Weg, sagt mich zu alles nicht von mir ist ein Fettrückiger danke ich werde ein bisschen gefährden ich bin hier Spawns oben und wir pushen jetzt rein ach, ey, das war ein Tal gegen Andorfen, ey ich bin hier ich bin hier im Hallo Flughafen Sie mir zu folgen Jo Also bei den letzten Köpfen sind sie gerade echt hart geblieben Ja, die haben auch keine Ahnung Ja, weil wir es nicht wieder schaffen, die vier Schuss abzuschieben nehmen Der passt aber nicht Na, wie lange noch für ein Rally Rally hot 20 Sekunden, kommst du gleich in neue Rally Ja, unser Alter ist auch heiß Ist weg Funker, komm, komm Funker, lauft mit Auf euch Da drüben am anderen vom Fels ein Feinde Ja, es ist noch ein Burschlein, Nikator Ja, es ist noch ein Burschlein, Nikator Ja, es ist noch ein Burschlein Ja, es ist noch ein Burschlein Ja, es ist noch ein Burschlein Mann Ja, es ist noch ein Burschlein Die sind dicht am Rally Ja, es ist noch ein Burschlein 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 Bist du im Fluss, der Nuna dahinter? Brauchst du zwei oder drei Leute? Ah, ich darf es haben Erstmal eine Schnütze. Die kriegt er. Oh, da ist einer direkt am Rally. Scheiße. Der irgendwie so läuft. Es war so schön leer. Was ist gerade passiert schon wieder? Ich fahr schon. Rally frei. Wir pushen in die Häuser rein. Zack, zack, rein. Wie vorhin. Scheiße. Was ist das klar? So, gleich links, genau. Mach's kaputt, die E. Karnata, Freddy. Oh, fuck, fuck, sorry. Er ist weg, ist weg. Ich schau mal auf. Warum ist die Aufmerksamkeit? Die Maschine auf mich. Ich sehe dich nicht. Danke. Wir können auch mal über die Fläche. Fremdkamer, komm zu mir, wenn wir in Rettung Hier ist Cap, hier kannst du kein Rettung Hier bei mir geht Das war's, das war's Das war's, das war's Das war's, das war's Das war's Das war's 0.75 1.75 0.55 1.75 0.56 0.05 0.09 0.09 0.01 0.09 0.09 0.10 0.09 Nördlich zweiter Panzer Nördlich 10 Sekunden Glycom, Derelium, Dampard, Marat Glycom, Derelium, Dampard, Marat 10 Sekunden Glycom, Derelium Das SAU, die sind dicht krank gewesen, oder da sind hier Tödelich ACH, FAST Ja, wir sind nix mehr, hier nicht zeitend, nur zu zweit Ja, Derelii ist für uns doch in Ordnung Vielleicht kriegen wir da wieder Ja, Derelium, Fäher das SAU Danke Da kommt noch einer rein Da kommt noch einer rein Lange kaputt Der wird voll arm Ja, da wird dann so weggefarmt Wenn das Timing weichen, 40 Sekunden Funker bleibt in der Nebel Wollen wir nicht oben ins Haus gehen? Wollen wir nicht oben ins Haus gehen? Ja Was sagst du? Das Haus ist auch capped, da könnt ihr nicht rein Wir können keinen Rallye hier sitzen Hallo Hallo Ja, Scheiße, das war's Wieso ein MC ist Haus Nein Kommt sie Danke, das hat sie gerade im Kopf Hehehe Gut, die den letzten Punkt da verteidigen Man muss das Positive sehen, bis hierhin war echt gut Weißt du was auch fast ein Tor ist? Tief Eis Ja Weißt du was da fast ein Tor ist? Weißt du was da fast ein Tor ist? Bei dir oder was? Bei dir oder was? Kramat Kramat G-G Kramat